Bandscheibenvorfälle können dauerhafte Schmerzen vorersachen bis hin zu Lähmungen. Bandscheiben erfüllen im Grunde eine Pufferfunktion, also eine Dämpfungsfunktion für das Gehirn und ermöglichen, dass das Gehirn nicht bei jedem Schritt durchgeschüttelt wird. Und gleichzeitig ermöglichen sie auch die Beweglichkeit zwischen zwei Wirbelkörpern. Bandscheiben haben dafür einen faserigen Ring und in der Mitte einen galärtigen Kern, der diese Stoßdämpferfunktion ausüben kann. Bei einem Bandscheibenvorfall kommt es in der Regel zu einer kleinen Lücke in diesem faserigen Ring und dann tritt ein Teil dieses galärtigen Kerns, also Bandscheibengewebe, in den Spinalkanal ein. Das ist also der Bereich der Wirbelsäule, in dem die Nerven verlaufen. Und dann kann es entweder zu Lähmungen kommen, wenn dieser Bandscheibenvorfall sehr groß ist, dass er praktisch die Nerven gewissermaßen abdrückt oder er kann auch erhebliche Schmerzen verursachen, dadurch, dass er auf die Nerven drückt. Der Bandscheibenvorfall wird abhängig davon behandelt, welche Auswirkungen er hat. Manche Bandscheibenvorfälle machen gar keine wesentlichen Probleme außer Schmerzen. Dann kann man das zunächst einmal mit Schmerzmitteln oder auch mit Wärme behandeln. In manchen Fällen machen sie aber auch Lähmungen. Und wenn das wichtige Lähmungen sind oder höhergradige Lähmungen, dann muss tatsächlich auch sehr schnell operiert werden, um eben wieder eine vollständige Erholung der Nerven bestmöglich zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017